Ein Volkswagen EOS steht hier zum Verkauf. Fünf Personen haben in dem weißen Zweitürer Platz. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei unter 43.000 Kilometern. Die Erstanmeldung bei Ende 2012. Das Cabrio verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie Xenonscheinwerfer, Navigationssystem, Sportsitze, elektrische Fensterheber, Tagfahrlicht und noch vieles mehr. Unter der Haube gibt der sparsame Diesel eine Leistung von 140 PS an das Automatikgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 5,3 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017